50% Rabatt auf meine Monatscoachingpreise jetzt. Wenn du Bock hast, Muskelaufbau zu betreiben, kräftige Oberarme zu kriegen oder ein Sixpack, dann kommst du zu mir. Wenn du Bock hast, alles zu essen, was du willst, Pizza, Eiscreme, kommst du zu mir. Wenn du nur eine Stunde die Woche trainieren möchtest, von den 168 Stunden, die die Woche hat, kommst du zu mir. Wenn du wissen willst, welche Supplements, in welche Dosierung, wo, wann, wie ich nehmen soll, kommst du zu mir. Und das Ganze statt für 3,49 Euro für 179 Euro die nächsten Tage. Damit möchte ich einmal Danke sagen. Danke für... Nein, ich formuliere es anders. Und ich mache das bewusst, weil ich möchte einfach, dass jeder, der auch nicht finanziell gut aufgestellt ist, und da draußen gibt es einige, die mit dem Euro kämpfen, und auch die sollen die Möglichkeit haben, mit mir einen ganzen Monat zusammenzuarbeiten und sich mal wirklich von mir alle Tipps zu holen. Mir wurde mal angeboten, also einfach WhatsApp an mich schreiben, Name und Adresse dazu schicken, dann bekommst du eine Rechnung. Sollten Fragen sein, kannst du sie auch bei WhatsApp stellen, keine Frage, einfach da oben mal raufgeklickt. Und nochmal, was mich unterscheidet von den anderen ist, dass ich immer in Form bin, dass du immer sichtbare Bauchmuskeln hast, wenn du das machst, was ich sage. Dass du immer nur eine Stunde in der Woche trainieren musst, wenn du machst, was ich sage, und dass du nicht immer dieses Auf und Ab hast, dann nimmst du mal wieder 10 Kilo zu, dann nimmst du mal wieder 10 Kilo ab, dann siehst du mal wieder für ein paar Wochen gut aus, dann siehst du mal wieder aus, als ob du mal eine Diät machen solltest. Du siehst bei mir immer dann gut aus, behältst immer dein Gewicht, musst auch immer nur eine Stunde die Woche trainieren und kannst essen, was du möchtest. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen, wo es heißt, okay, wir machen jetzt mal zwölf Wochen Diät und dann ziehen wir runter und dann hast du eine gute Form, aber danach müssen wir wieder in den Bulg gehen, damit du mal wieder Muskeln aufbauen kannst. Das kannst du bei mir gleichzeitig, kannst bei mir Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fert abnehmen. Und was genau bekomme ich denn jetzt für meine 179 Euro, wenn ich dich jetzt buche, Sascha? Hier oben siehst du alles aufgelistet, das Komplettpaket, also nicht hier der Ernährungsplan oder hier der Trainingsplan oder hier mal ein paar Supplementenempfehlungen, sondern du kriegst alles, komplett das ganze Paket für 179 Euro und hast du Fragen, kannst du immer in Interaktion mit mir sein und einmal die Woche kontrolliere ich bei dir alles, das Training, die Ernährung, die Supplements, den Erfolg auf der Waage, Körperfettanteil, all das mache ich, also willkommen. Bock auf immer Sixpack und nicht nur, wenn du Diät machst, Bock auf immer kräftige Oberarme und nicht nur, wenn du im Bulg bist, dann kommst du jetzt zu mir. Und ich sage es bewusst, du kriegst alles, alles an die Hand hier oben aufgelistet. Und das ist das letzte Video, was ich zu dem Thema mache, denn für die nächsten 4 Tage ist das mein Angebot, 50% Rabatt auf das komplette Coaching. Du kriegst alle Tipps, alle Tricks, das komplette Paket, nicht erst so nach dem Monat kommt das und nach dem nächsten Monat kommt das. Du kriegst gleich alles an die Hand. Let's go, dein Sascha Mühle. Statt 3,49 Euro nur 179 Euro.